Zum zweiten Male innerhalb von gut drei Wochen ist in der Werkstatt von Automerz in Ebendorf für Gäste gedeckt. Und da kommen sie schon, diesmal die Kinder aus dem Kindergarten Ebendorf. Auch Bürgermeister Keindorf ist gekommen, um der Darbietung zuzuschauen, denn... Der Kindergarten, mit dem wir eine enge Beziehung haben, uns noch mal nachträglich zu 15 Jahre Automerz und der Halleneröffnung begrüßen. Ich begrüße euch erstmal, schönen guten Tag und wir freuen uns, dass wir den Termin noch wahrnehmen konnten. Ich begrüße auch den Herrn Keindorf und Bürgermeister. Und dann geht es auch gleich los. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Mit dem Köpfchen nick, nick, nick. Mit dem Fingerchen tick, tick, tick. Einmal hin, einmal her. Unter den kleinen Sängern auch die Enkeltochter von Inhaber Günther Merz und die weiß auch schon, was sie später einmal machen will. Zum Schluss dann noch mit jedem Kind eine Runde durch die Halle auf dem elektrischen Besenfahrzeug und jedes Kind darf selber lenken.